Hi und herzlich willkommen zur mittlerweile 16. Folge von Hashtag AskBleer, meinem Advent Special. Und die heutige Frage kommt von BlackSkorpion64 und er fragt, was ist eigentlich dein Lieblingsessen? Also meins ist Schnitzel. Mein Lieblingsessen ist Steak, muss ich sagen. Ich esse am liebsten eigentlich Steak, am besten so rare. Und ansonsten, da das eigentlich eher ein teures Essen ist, und man das nicht so oft bekommt, esse ich auch noch wirklich sehr gerne Pizza und auch Schnitzel. Ja, das sind eigentlich so meine drei Lieblingsgerichte. Und so, was ich auch extrem gerne noch esse, sind Spaghetti Bolognese. Aber ja, das hält sich, ja, ich weiß nicht, so alle vier. Eigentlich mag ich alle vierzehn nicht gern, aber am liebsten Steak. So, ich hoffe, ihr habt eine Frage damit beantwortet. Stellt mir noch nicht gern weitere Fragen, wir brauchen noch ein paar. Der Advent ist ja noch nicht ganz vorbei. Und ansonsten, ich bedanke mich für's Zusehen und bis morgen. Oh, danke. Vielen Dank.